so das ändern wir mal wieder auf ja gut aber wir der weiß schon was sonst was mir gerade blüht da ist noch eine piste automatisch sprechen also sind wir hier wieder weiter sechs monate warte so sechs monate ich war nie und nimmer sechs monate mein ohr ein bisschen verrutscht jetzt sind die gerade ein bisschen wie und das herze dränge rutscht also das ohr vom ohr also hat gerade ein bisschen gezwickt ja gut das ist das für körper also das aussieht so einmal nachladen bitte danke da sind wieder so eine viecher da hinten ist auch da hinten ist dieser komische super schrot bräuch hier unbedingt eingezielte treffer ja los komm jetzt jetzt noch ein klar ja schon ja aber das auch erledigt und jetzt können wir das noch rumfeuern das war's der ist wirklich bis hier in der flogen oh wei oh wei wenigstens haben wir eine neue errungenschaft und die komischen psychoficher hier da hilfe nachladen genau nix ich krieg lange wirklich die krise hier was sind das für viecher eine neue ausrüstung zum glück so man ja gesundheit für salze wenn ihr keine salze mehr hast nutzt die gesundheit kräfte einzusetzen äh nein ich habe so schon genüge so wie die leben manchmal ich ja meistens auf risiko gehe und meistens die errungenschaften zu kriegen ja hier haben wir sofort haben wir gleich rein äh die schuld aber am ende muss er für uns alle bezahlen oder wo fängt seine schuld an und wo endet meine oh ja ich glaube langsam hat äh booker irgendwie gefühle für die elli entwickelt ich will mich jetzt nicht so weit raus lehnen aber das kann wahrscheinlich schon möglich sein ähm ist egal ob ich reingehe einst versprach ein mann mich von meinem ketten zu befreien doch am ende ließ er mich im stich aus reinem eigennutz doch in gewisser Weise bin ich ihm dankbar er machte mir klar wie viel vertrauen unsere spezies verdient hat gott setzte auch einst vertrauen in die menschen es scheint wir haben etwas gemeinsam ok sie wurde umgekehrt wollte nicht lange hingucken ich liebte den propheten nicht stets flüchtete gar vor seiner umarmung leignete dass ich sein fleisch bin folgte einem mann der alles zu sein schien was mein vater nicht war aber das war ein falscher hirn und als die wölfe mich jagten war er nicht da so ok also wir sind jetzt wirklich gearst ja gut jetzt müssen wir die elli wieder so bekehren dass wir sie auf unsere seite ziehen dürfen ein kinethoskop können wir ja schon ich würde so bötchen sicherheitscenter ok hier ist wieder was ganz anderes jeder im bilder das ist ja keine sicherheitstätten wenn das ein sicherheitscenter ist was ist das dann wir haben hier wieder eine ausrüstung hut steigende mordlust nach jedem erfolgreichen kill bis zu fünf wird mehr schaden von waffen erhöht wird zehn sekunden nach dem letzten kill zurückgesetzt hm was haben wir elektrische berührung nä lassen wir das so wenn wir uns wieder ausrüsten karabiner brauche ich diesmal nicht Oh man, wenn hier schon so viele Waffen hängen. Ich ahne Schlimmes. Okay gut, hier sind wir nicht reingekommen. Okay gut. So ein Kasten. Kabine will ich nicht haben. Tasche durchsuchen. Oh wei, oh wei. Ist da wieder ein Projektor? Läuft nicht. Ruck zu vorne. Mit der Zeit glaube ich immer weniger an Gott. Und immer mehr an Lutez. Meine Kräfte schwinden in dem Maße, wie die Reue in mir wächst. Und all das nur, weil mein Vater mich im Stich ließ. Als mir klar wurde, wie weit ich gegangen war, konnte ich es schon nicht mehr stoppen. Aber es gibt noch eine letzte Chance auf Erlösung. Für uns beide. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Hm. So, und hier werden wir wahrscheinlich nicht weiter. Also müssen wir vorne durch. Da ist der Schalter. Vorher höre ich ins Woksefon. Was ich getan habe, lässt sich nicht ungeschehen machen. Ich kann nicht stoppen, was ich angestoßen habe. Aber vielleicht kann ich verhindern, dass es je anfängt. Er war meine erste Hoffnung. Jetzt ist er meine letzte. So sollte ich runter und zu Elisabeth kommen. Genau. Oh. Alter. Ernsthaft? Puh. Verdammt. Du bist der. Hier. So. Ah. Das war ein Volltreffer. Das war's. Wohne konnte noch mehr gewesen. Larrat nicht. Was war das? Manchmal weiß. Müssen wir jetzt den ganzen Weg komplett zurücklatschen? Oh, das Vieh hat mich gerade wirklich erschrocken. Aber wir müssen den ganzen Weg weg sein. Oh. 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 Jetzt brauche ich mir ein bisschen Muni noch mal, plupp. Ist hier noch einer? Ja, da muss ich weiter. Die warten da hinten schon. Ja, ich habe so eine Ahnung, jetzt mache ich einen Karabiner. Aber manchmal besteht der Geist ihr in Wehen, gibt der Geist nicht nach, wo muss man ihn So. So, der ist weg. Ist hier noch was? Äh, versuch's doch. Jetzt müssen wir irgendwie runterkommen wieder. Da hinten. Ja, da muss ich da rüber. Äh, ladet? Den tue ich mir vom Nagen grün. So. Und jetzt... Überraschung. Ups. Da habe ich den Kopf weggesetzt. So. Mal so auf eine herkömmliche Art. So. Einfach runter. Und dein neues Voxofon. Wie kommen die mal her? Gut. Wir brauchen jetzt bloß noch neuen bis zum Erfolg. Morgen kommt die Leine ab, denn all das muss einmal ein Ende haben. Aber selbst wenn ich den Siphon zerstöre, werde ich stark genug sein, um alle Türen zu sehen und diejenige zu öffnen, die ich mir aussuche. Und wenn ich ihn herhole, wer kann sagen, ob er gegen die Monster bestehen kann, die ich schuf? Das sind deine Monster? Also, sie glaubt, was ist das? Warum fragen sie was? Die wahre Frage lautet, wann? Lebt. Lebte. Wird leben. Stirbt. Starb. Wird sterben. Könnt ihr nicht sterben? Danke. Ich weiß nicht. Irgendwas habe ich gegen die. Na gut. Das ist doch... Das ist Elizabeth. Aber wieso schreit sie? Wie du siehst, Booker, leiten die Irren das Irrenhaus. Sie hören nicht mal mehr auf mich. Ich kann nur zusehen, wie sich das, was ich in Bewegung gesetzt habe, seinem Ende entgegentreibt. Er braucht meine ganze Kraft, um dich herzuholen. Elisabeth. Ich verstehe nicht. Ich hab dich schreien hören. Ich wollte dich holen. Sind wir... Hier. Nimm meine Hand. Ähm. Ähm. Okay. Sie ist wahrscheinlich nicht echt. Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die Berge der Welt in Flammen hüllen. Sag was du willst über Comstock. Er war ein höllisch guter Wahrsager. Bukka, nicht die Folter hat mich gebrochen. Auch nicht die Indoktrinierung. Es war die Zeit. Die Zeit vernichtet alles, Bukka. Selbst die Hoffnung. Ich wollte kommen. Songbird, er stoppt dich immer. Ich hätte einen Weg gefunden. Nein. Es ist zu spät für mich. Ich hab dich zu deinem Besten hergebracht. Zu euer Beiderwohl. Ja.